Das ist jetzt nicht vom Spiel, Leute. Aus den Augen, aus dem Sinn. Naja, so einfach geht das nicht. Ja. Hm. Das ist jetzt schon die in Zukunft beste Folge. Ja, was soll ich machen hier? Das ist so. Copy to Clipboard. Ne, die machen wir nicht, oder? Was soll ich denn machen? Wenn ich kreuzklicke, dann ist das jetzt hier weg. String alt entfernen und Taskmanager öffnen. Alt 4. Dann schließe ich das Spiel. Das ist, ja. 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 Ähm. Ähm. Ja. Alt 4. Das ist ja jetzt super, dass das im... Das ist jetzt super, dass das im Livestream passiert. Spitzenmäßig. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das jetzt weiterspielen können, heute. Ob das Spiel sich jetzt verägert. Na, großartig. Okay, da wären wir jetzt wieder, dann jetzt mal. Ja. Wenn das jetzt ein Let's Play wäre, würde ich das jetzt schneiden. Das wäre... Das ist jetzt in einem Stream jetzt natürlich... ...etwas kontraproduktiv. Wir müssen uns trotzdem topfen und das Zeug mitnehmen. Kann ich nur regelmäßig abspeichern. Das wäre die Möglichkeit, dass wir dann hier alle zwei Minuten abspeichern. Und versuchen. Hm. Ich... Da schneidet es da nix. Das eben war Comedy Gold. Ja, ich schneide sowieso nix. Bei den Parts, die ich nachher schneide, da mach ich nix. Das schneide ich dann 15 Minuten Parts. Das unterrede ich dann. Zack, zack, zack. Da mach ich drei Schnitz. Vier Schnitzer. Und dann passt das. Ich frag mich, ob das jetzt hier nochmal passiert ist. Wenn das jetzt berogen ist, wäre das schöner. Wenn das jetzt gelöst wurde, dann ist das schön, aber... Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt behoben ist, das Problem. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht ab. Ja, den Part nenne ich jetzt auch Hacker. Dann schreibe ich irgendwas Reißerisches in den Titel. Hacker hat im Livestream meinen PC gehackt. Mach ich sowas draus. So, und ich mach hier grad mal... Wo ich grad die Sachen hier habe, mach ich mal grad mal speichern. Speichern. So, Spielstand ist gespeichert. So, falls es jetzt abstürzt, müssen wir jetzt nicht mehr in den Topf und das Besteck holen. Da haben wir das zumindest. Ich speichere auch gleich nochmal, wenn ich in der Zelle bin. Da haben wir hier... Na super. Achso, bin noch gar nicht langgegangen. Ich dachte, das Spiel hat sich grad wieder aufgehend. Los, geh zur Flur. Gehe. So, ab durch die Tür. Klicks. Na super. Die Animation, die brauchen ein bisschen... Das Spiel, das hakt heute. Das ist ein bisschen... Das macht mir Probleme. Ich speichere jetzt heute einfach jede... Alle zwei Minuten ab. So, jetzt mal hier schnell mal speichern. Bevor hier was passiert. Speichern. So, jetzt bin ich hier in der Zelle und habe gespeichert. Das heißt, wenn jetzt... Wenn es doch noch was abschmiert, sind wir heute hier in der Zelle. Sehr gut. Müssen wir das nicht. Müssen wir den selben Weg nicht nochmal fünfmal gehen. Ich hoffe, dass jetzt nichts passiert, aber... Ich ging davon aus, dass das hier... Ach komm. Ach komm schon. Ja, das Spiel, das macht hier grad ein paar Probleme. Läuft ja heute super. Und sonst so. Modi, was läuft bei dir? Bei dir läuft grad der Stream hier, ich weiß. Aber was läuft sonst so in deinem Leben? Jetzt, wo wir hier sowieso am Beklecksten sind und hier sowieso grad nicht vorankommen. Die Zeit damit verschwenden. Was gibt's bei dir zu erzählen? Hey, was machst du eigentlich? Podoschläger plus Senf. Würde mich mal interessieren. Na, es liegt ja nicht am Podoschläger und Senf, Modi. Das ist ja... Das ist ja jetzt gerade eben auch bei was anderem passiert. Das ist tatsächlich... Das liegt tatsächlich nicht am Podoschläger und am Senf. Das war... Seltsamerweise, das ist... Das ist irgendwie bei dem Podoschläger und Senf aufgetreten. Das ist... Ich dachte, das wäre... Ich dachte tatsächlich, das wäre vom Spiel gewollt, aber... Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Okay. Vielleicht ist es auch vom Spiel gewollt. Naja, ich weiß es nicht. Wäre daraus nicht schlau. Vielleicht war es auch so gewollt. Ich versuche hier ein Meme aus einem Livestream-Fail zu machen. Sorry, dass ich der einzige im Chat bin. Ja, das ist schade, dass du der einzige im Chat bist, Modi. Das hat jetzt hier Meme-Charakter. Alle, die jetzt hier zuschauen. Das hat jetzt hier wirklich... Hier wird Meme-Geschichte geschrieben. Wer da jetzt nicht dabei war, der kann sich... ...blau und grün ärgern. Modi kann jetzt behaupten... ...er war da, als ein Meme geschaffen wurde. Vielleicht wird es ja berühmt. Kannst du es mir nachher zuschicken, Modi? Dann kann ich es... Ich habe eine Reddit-Seite, dann kann ich das dann... ...wenn ich das darauf teilen. Ja, eine Reddit-Seite habe ich auch, aber... ...ich habe vor allem... ...einen Reddit-Account. Ich kann das bei den Spacewalks und bei... ...Co und so weiter teilen. Ein bisschen... ...Meme verbreiten. Ja, mal kurz speichern hier. Sicher ist sicher. Okay. Das Beklicksen des Rumes ist gespeichert. Großartig. So, weiter hier. So, jetzt haben wir es mal. Jetzt haben wir es mal. Jo, jo, jo. So, jetzt wird der Raum hier beklickst. Natürlich hat der feine Herr ein eigenes Sub-Ridit. Ne, kein eigenes. Du hast auch ein Sub-Ridit. Bin der Terral-Podcast. Da habe ich ein Sub-Ridit für erstellt. Dafür haben wir ein Sub-Ridit. Der wird sich wundern, wenn er sich setzt. Haben wir das jetzt auf seinen Stuhl geklickst? Interessant. Ach, nö. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Aber wir haben gespeichert. Keine Angst. Es muss wahrscheinlich neu installiert werden oder so. Keine Ahnung, wie das... Und das liegt jetzt liegt. Das ist irgendwie... Ja. Warte, wir haben doch gespeichert. Ähm. Wo ist mein Speicherstand? Du hast mich nicht gesagt. Du hast euch nicht gesagt. Das ist so hier im Laden. Sagt mir bitte nicht, es hat das Speichern des Spiels. Speicherstand ist nicht gespeichert. Doch hat es. Wir sind hier in der Gemmizelle. Da war zuletzt gespeichert. Sehr gut. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nicht normal machen. Ja, das läuft hier alles heute. Super. Spitzenklasse. Es ist großartig. Einfach phänomenal. Die technischen Schwierigkeiten in diesem Stream. So den Stuhl haben wir noch nicht bekleckst. Der wird sich wundern, wenn er sich setzt. Das wird er. Der wird sich wundern, wenn er sich setzt. Jo, und der wird jetzt abspeichern. Bevor er sich setzt. Ne, ich sitze ja schon. So. Speichern. So, das ist jetzt auch gespeichert. Sehr großartig. Sowas können wir jetzt hier noch beklecksen. Noch einmal. Und ich tweete Deadalick sehr mäßig. Angesäht an. Mach das. Klecks. Das wird noch mal passieren, so wie ich es denke. Das ist jetzt hier irgendwie... Das ist ein Fehler. Ich glaube nicht, dass das vom Spiel gewollt ist. Nein. Ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Oh. Den Ausblick will sie sich nicht ruinieren. Den Ofen können wir nicht beklecksen. Och, schade. Och, sehr schade. Mit dem Messer können wir jetzt hier... Schublade. Doch, das geht. Die Komplettlösung hat mir gesagt, das geht. Sekunde, ich muss mal kurz speichern. Ja. Da hilft auch kein Schmieren, sondern nur noch rohe Gewalt. Ja, mit Kabel oder mit Besser können wir das aufkriegen. Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Mhm. Na, komm. Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Ja, sehr gut. Mit etwas Glück. Na, wer sagt es denn? Die Schublade ist offen. Und in der Schublade spannende Musik. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel Ihnen einer verschlossenen Schublade aufbewahrt... Ach, leck mich doch am Arsch. Wie ich aus meinem Windows XP Point ein Klickzeit gelernt habe, ist es einmal abgeschmiert, wird es immer häufig abschmieren. Bis es sogar gar nicht mehr startet. Oder es liegt am Windows XP auch möglich. Muss halt mal einen Neustart machen. Ach, das ist jetzt hier gerade... Ich habe gespeichert, aber es ist trotzdem scheiße. Ach, ich habe gerade eben abgespeichert. Das ist nicht das Ding, aber... Wollen wir das jetzt so die nächste halbe Stunde noch weitermachen? Ist es das, was wir haben wollen hier? Mordi, schreib deinen Tweet an Dedalick. Gut, wir spielen jetzt auf diese Weise weiter. Das ist... Es wird dann rausgeschnitten in den Parts. Das ist halt dann einfach... Jetzt im Stream müsste das ertragen, aber... Ja. Das kackt jetzt wirklich häufiger ab. Mal schauen, wie lange ich jetzt hier noch streame, bis ich aufgebe. Mal schauen, wann ich hier aufgebe. Da habe ich jetzt eigentlich auch keinen Bock drauf. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel Ihnen einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wir speichern gerade mal ab. Speichern, speichern, speichern. Ich mache mal nach diesem Stream einen Neustart. Vielleicht muss der irgendwie mal... Ja, Neustart. Das Spiel nochmal neu installieren. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Okay, wir haben einen Schlüssel. Deine Wut und Resignation gerade erinnert mich an mein erstes Mal Dark Souls. Gut alte Zeit. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja... Halt's Maul. Wenner Mal comien. Ja, wir haben diesen Zusammenhang mit der 2 Runde drin.